So, wir gucken uns den Lachs an. Let's go. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Alles, was ihr seht, wurde innerhalb nur einer Woche animiert. Innerhalb nur einer Woche animiert, geschrieben. Alter, okay, das ist heftig. Schalt mal rein, ihr altes seid. Egal, dauernd geht dieses bekloppte Shit im Arsch, bro. Es ist unglaublich, Alter. Schon wieder der Reaktor im Arsch, muss schon wieder gefixt werden. Das ist jetzt schon heftig, muss ich sagen. Wirklich. Mario ist eingeschrieben. Wie kann das denn passieren? Ich habe so einen Peer beschissen. Leute, Leute, Leute. Was ist denn hier? Nein, hier ist doch mal keinem. Bro, irgendwer muss unseren Hausmeister gekillt haben. Da nur wir auf dem Schiff sind, kann es nur einer von uns gewesen sein. Es gibt da einen Imposter unter uns. Und wer? Ich habe über die Camps gesehen, dass Reefed bei Mad Bay rein ist. Richtig, ich habe gescannt. Ich war zum Beispiel mit Reefed bei Starbitch Kabel machen. Ich habe Sascha bei Rack also geholfen. Ja. Ich war bei Admin und habe eine Steuern gemacht. Ich war bei diesem Cup-Ding. Also war es halt keiner, oder was? Alter, wie der rumschreit so. Jeder hat eine gute Qualität. Dann kommt Knossi. Sascha war es. Ja, Sascha war es. Ich habe so ein Gefühl, ich sehe es doch. Sascha war es. Nicht sein Herz. Hä, what the fuck? Wir haben gar keinen Kopf dafür, Bro. Junge, jeder hat einfach hier eine gute Qualität. Und dann kommt Knossi und Scheiß dran. Jungs, was machen wir jetzt? Irgendjemand killt ihr, Leute. Wir müssen es rausfinden, Freunde. Die einzigen, die überhaupt in der Nähe waren, sind Marius und Kevin. Sind für mich beides Sas. Irgendjemand müssen wir herausfinden, wer der Imposter ist. Lass mal auf drei Regeln einigen. Erstens, sobald jemand was Verdächtiges beobachtet oder eine Leiche findet, haben wir ein Meeting. Zweitens, wir müssen so schnell wie es geht dieses Schiff reparieren, um in die sichere Raumstation zu kommen. Drittens, außerhalb der Meetings reden wir nicht miteinander. Wer sich nicht daran hält, ist für mich automatisch verdächtig. Ah, okay. Revi geht gerade nach Navigation. Verhältnis alles in einer Woche, Junge. Kevin steht bei Admin rum. Marius geht von Madbane nach Upper Engine. Schon wieder ein Task in Upper Engine, Alter. Let's go. Ah, okay. Sascha im Reaktor. Dinger, warum brauchst du das Dreck-Stone-Lauf immer so lange? Wunder, du Tramaks hier. Ey, holy shit. Ich habe Marius halt tot in Upper Engine gefunden. Ich war in Navigant und habe diesen Dreck-Stone-Lauf gemacht. Das kann ich bestätigen. Ich habe ihn über die Camster hinlaufen sehen. Also ich kann Kevin save. Denken wir mal bei den Storage und sind dann zusammen zu Shields gegangen. Ey, das sieht alles so krass aus. Wo bist du eigentlich in der Schule? So viel Liebe im Detail. Ich war bei Electrical am Renovieren und habe dieses 1, 2 oder 3 Ding gemacht. War noch jemand in Electrical? Nee, aber Upper Engine war halt doch einfach mal 30 fucking 1000 Kilometer weit weg. Wo warst du denn? Umge war mit mir im Reaktor. Stimmt, ich habe Sascha da gesehen. Warte mal. Der Einzige, der komplett allein war und kein Alibi hat, bist ja scheinbar du, Trimax. Du warst allein in Upper Engine, wo Marius liegt. Keiner hat dich sonst irgendwo gesehen. Was leite ich davon ab, Marius zu killen und einfach ein Self-Report zu machen? Ja, Mann, Alter. Bist du sicher? Ja, das würde ich Trimax zutrauen. Alter, wie los seid ihr denn? Ich war das nicht. Ja, das will ich nicht, aber ich bin. Jetzt abstimmen. Trimax war alle von Trimax. Wer ist für Trimax? Ey, das ist ja ein kompletter Random Vote. Okay, alle denken, ich bin's. Was wollt ihr jetzt machen? Vielleicht dich aus dem Schiff werfen. Ey, Leute, das ist schon wieder komplett lost. Das könnt ihr doch nicht machen. Hängt er jetzt wirklich seit zwei Stunden lang im Kartengerät? Nein, das kann nicht sein. Oh, ja, Wax. Das ist nicht gut. Das kommt ja richtig. Sonst gibt's nicht. Digga, steht Uwe einfach nur so vor dem Bildschirm? Alter, dauert das Drecksteil lang. Der steht ja immer noch da und macht nichts. Ey, das ist so gut gemacht. Das ist so gut gemacht, Uwe. So, jetzt aber. Komm, einmal. Komm, ey, krass. Leute, hier sind 50.000 in dieser fucking Premiere. Sieht so gut aus, ey. Party, grüß dich, Bruder. Wir gucken uns gerade eine Premiere an von Mario, von Mario ist angeschrieben. Richtig krass. Schön, dass du da bist, mein Engel. Ivo. Alter, so gut gemacht. Sascha und ich haben gerade Knossis Leiche gefunden in Admin. Ich wette, der hat wiederum gestruggelt mit seiner Karte. Digga, es muss Unge sein. Der war die ganze Zeit mit mir in Medved. Er hat einfach keine Tasks gemacht. Und plötzlich ist er dann verschwunden. Jungs, der ist a safe call. Ja, weil ich dann auch meine Tasks bei Weapons habe. Du machst doch keine Tasks. Also erst mal, Jun, ich sind safe. Wir waren die ganze Zeit in Coms und haben da Download gemacht und Revi chill. Simon, was hast du denn für eine Tasks gemacht? Ja, halt ein Astro-Lieb-Megballer. Ich habe dann auch Sascha gesehen, wie der in Richtung Admin gelaufen ist. Und dann kam der... Mega-Sask, Unge. Du bist so verdächtig, Simon. Ey, wir können halt einfach gerade keinen ausschließen. Nochmal ein random vote, wäre stupid. Lass skippen. Okay. Ey, Dennis, grüß dich wieder. Ja, finde ich gut. Mann, werft alle ein Auge auf Unge. Der ist es. Ich schwöre es euch. W-w-wait, w-wait. Wait a minute. Sascha, wenn du die Luftschicht damit nutzt, dann hast du Knossi in Admin ja auch töten können. Und über die Fans, über die Cafeteria hättest du auch mit zusammen mit Kevin... Weil ihr müsst euch das mal vorstellen, ist ja nicht nur die Animation, auch so wie die das sprechen. Na, das Skript ist richtig gut und dass das auch so ein bisschen hallig wirkt, weil die sind ja sozusagen in der Halle, weil da steckt ja auch nochmal über viel Arbeit drin. Ist ja nicht nur die Animations-Zug... ...undschuldig in den Raum betreten können... ...ganz einfach, Regel Nummer 3, außerhalb... Ja, auch mit seinem Merch, einfach mit dem Sascha-Merch. Ey, das ist... Hier steckt so viel Liebe im Detail, dass es im Hintergrund so krass aussieht. Dass der hier ist Sascha-Merch einfach am Start. So richtig mit seinem Logo. Von den Meetings ist sprechen verboten. Oh, fuck. Kiesi. Junge. Anderes Level, wirklich ein ganz anderes Niveau. ...undschuldig in den letzten Runden. Ich bin auch mit Ju aus Storage gekommen, ist safe. Ey, alle Unge raus! Stopp, stopp, stopp! So, Simon ist jetzt weg und jetzt lass uns doch schnell den Rest reparieren hier vom Shit. Ach, Sascha, ach, Sascha. Du alter Fuchs. Revi, Revi, ich hab ne Body von Reef gefunden. Storage, es muss Kevin sein. Junge, kann nicht sein. Als der Alarmus ging, bin ich Richtung Reaktor gegangen. Und da war Reef noch am Leben. Revi, Bro, bitte verkack es nicht. Es kann nur Sascha sein. Es kann nur Sascha sein. Digga, es kann nur Sascha sein. Überleg doch mal, ich hab die erste Leiche gefunden. Alter, 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 alter. Ja, dann war das wohl ein Selbstverbot. Stopp, 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 stopp. Ich bin der Entscheider. Ach, Junge, verkack es mir noch Sascha. Ich hab euch beiden gesehen. Revi, Mann. Es ist Kevin. Junge, wie Revi einfach komplett random upraged so. Weißt du, alter, alter, alter. Weißt du, es juckt halt niemand so. Er ragt hier einfach voll ab. Ich mach einfach den random vote, keine Ahnung. Ja, Kevin ist raus. Ja, den hat jetzt auch weggehauen. Junge, wie stark das ist. Alter, wie so ein Film. Wie so ein Kinofilm. Ach, stimmt. Das war ja Revi. Ja, der hat lost. Ich hab dann plötzlich noch nicht so was gedacht. Ey, egal was hier war. Egal was hier war, das ist so krass. Das ist so krass. Ja, da hat auch jemand einfach 50, weil zur Pankung nicht drin. Sehr, sehr geiles Ding. Heftig. Also absolut heftig. Ich hab wirklich selten sowas, also wirklich selten sowas Heftiges in der Qualität gesehen. Und wie schön bist du? Ja, похir immer wir. Ciao. Mit Weisg, was das war. Und wie schön bist du denn? Vielen Dank.